Junge Welle Nord am Mikrofon Rudi Druve Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 So, Ora, das ging ja blitzschnell. Wir haben nämlich bereits den ersten Telefonkontakt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und dann wollen wir mal sehen. Hier ist der Rudi von Jungewelle Nord. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hier ist Kerstin. Hallo, Kerstin. Dann frage ich dich gleich mal, wie alt bist du denn? 16. Vielleicht darf ich auch gar nicht mehr so du sagen. Doch, doch. Danke. Das ist nett. Und du rufst an von wo? Preetz. Aus Preetz? Ja. Das ist ja nicht so furchtbar weit weg. Hörst du denn regelmäßig die Sendung, die eigentlich jetzt an dieser Stelle sein müsste, das heißt die Musik für junge Leute? Ja, höre ich eigentlich ganz oft, ja. Hörst du ganz oft? Mhm. Und wie stellst du dir so eine Jugendsendung vor, wenn wir jetzt am 1. Oktober mit der Jungenwelle Nord anfangen? Das heißt, wir machen ja eine Jugendsendung ab 1. Oktober von der Welle Nord. Ganz alleine und wie würdest du dir das vorstellen? Also ich würde sagen, das sollte so bleiben wie Musik für junge Leute. Also ich finde auch, man sollte ziemlich viel Musik spielen, die sonst nicht so oft gespielt wird. Wie zum Beispiel die Musik im Club und so, die wird ja eigentlich ziemlich oft gehört. Also Musik, also mehr so, die eben nicht so oft zu hören ist eben. Ich fand Musik für junge Leute, wie es eben war, ganz gut. Wunderbar. Gut, dann bedanke ich mich schon mal bei dir für den Anruf. Du hast eine LP gewonnen. Mhm. Und natürlich toll, ne? Ja. Ich bedanke mich, tschüss Kerstin und bei uns geht's weiter mit Musik, White Line. Nee, Entschuldigung, jetzt kommt erstmal ein bisschen Information über das Welle Nord Programm, richtig? Welle Nord Flohmarkt. Welle Nord Flohmarkt. Haben Sie Spaß an einem Flohmarkt per Radio? Fantastisch. Greife ich sofort zu. Träumen Sie von einem Rendezvous? Das wäre einfach schön. Schlichtweg schön. Süß. Einfach süß. Mögen Sie Hörerspiele und Rätsel? Hervorragend. Traumhaft schön. Und als ständigen Service täglich das Welle Nord Horoskop auf Pladeutsch. Welle Nord Flohmarkt, hallo? Ja, und ab wann soll es das denn alles bitte geben? Ab erst Oktober. Um wie viel Uhr? Von 15 bis 16 Uhr. Und wie oft gibt's das denn? Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags. Ah, entsetzlich. Welle Nord Flohmarkt. Welle Nord Flohmarkt. Fun, Baby. Winter Flohmarkt. Freeze. Rock. Face. Wake. 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 Untertitelung. BR 2018 BR 2018 Green! Rock! Green! Rock! Go! Higher, baby. Get higher, baby. Get higher, baby. And don't ever come down. Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, aufgrund der Anruferflut haben wir uns entschlossen, noch einen weiteren Hörer ans Telefon an die Strippe zu nehmen. Und den müssten wir jetzt dran haben. Hallo? Ja, hier ist Peter. Hier ist der, da ist der Peter, gut, hier ist der Rudi. Okay, Peter, auch an dich die Frage, wie alt? 21. 21, darf ich trotzdem du sagen? Ja, selbstverständlich. Das ist dufte. Und du hörst diese Sendung wahrscheinlich auch regelmäßig? Ja. Und hast bestimmt einen guten Vorschlag zu machen, wie wir es dann ab 1. Oktober so machen sollten? Ja, am besten nur gute Musik machen. Gute Musik machen? Nur gute Musik machen. Ja, das ist in Ordnung, das müsste hinzukriegen sein. Ja. Du bist schon 21? Ja. Du gehst nicht mehr zur Schule? Nein. Nicht mehr. Arbeitest du? Ja. Und dann bist du um diese Zeit zu Hause? Ja. Was heißt das, krank? Nein. Nein, gut. Da will ich auch nicht weiter nachforschen. Ich bedanke mich auch bei dir, Peter, für den Anruf. Auch du hast noch eine LP gekriegt, kriegst noch eine LP von uns. Ja. Das ist jetzt aber die letzte. Ich darf euch also, liebe Hörer, bitten, nicht mehr anzurufen, denn jetzt sind wir soweit durch. Wir haben noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel. Ich bedanke mich für den Anruf. Und wir machen weiter mit Human League und einem ihrer Erstlingswerke, Being Boiled. Okay, ready. Let's do it. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Um dem Ganzen jetzt auch noch das i-Tüpfelchen aufzusetzen, bewege ich mich jetzt ganz langsam ins Publikum und während ihr, liebe Hörer, den nächsten Titel hört, nämlich von Barclay James Harvest, Child of the Universe, werde ich hier versuchen, zwei Gäste zu finden, die vielleicht Interesse haben, heute Abend in das Nachholkonzert von Barclay James Harvest in der Kieler Ostseehalle zu gehen und dazu hören wir jetzt ein bisschen Barclay James Harvest, oi oi oi, das hört sich ganz gut an, aber wir versuchen es bestimmt gleich nochmal, Barclay James Harvest. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Seit 40 Jahren pünktlich jeden Tag Du warst nie krank und bist noch drauf stolz Jetzt heißt's, was soll's Wann hast du jemals richtig Urlaub gemacht? Dein ganzes Leben für'n Betrieb mitgedacht Deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon Wen juckt das schon? Wen juckt das schon? Monopoly, Monopoly Wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel Monopoly, Monopoly Und die Hände Schlossallee Verlangen viel zu viel Mama hebt Kaffeegläser auf für'n Gelee Du bist schon ewig in der IgE-Chemie Doch darauf warst du echt nicht gefasst So kalt geschasst Du warst als Kind für mich der stärkste Mann Einer, der irgendwie alles lösen kann Doch das hier ist keine Modelleisenbahn Was fängst du an? Was fängst du an? Fängst du jetzt an? Monopoly, Monopoly Wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel Monopoly, Monopoly Und die Hände Schlossallee Verlangen viel zu viel Ich bin nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel Ich bin nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel Monopoly, Monopoly Und die Hände Schlossallee Verlangen viel zu viel So viel hast du schon versäumt So viel hast du schon geträumt Zeit ist jetzt reichlich da Mach dir ein paar Wünsche wahr Mensch, man packt noch nicht ein Denn du bist nicht ganz allein Auch wenn's dir dreckig geht Es ist noch nicht zu spät Monopoly, Monopoly Wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel Monopoly, Monopoly Und die Hände Schlossallee Verlangen viel zu viel Schöner Text Klaus Lage Es gibt zur Zeit ja sowas wie ein musikalisches Erwachen In der deutschen Musik Zumindest spricht man davon Und zu den Erweckten gehört auch Herbert Grönemeyer Und der trinkt gern oder etwa nicht Wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht Ich nehm mein Frühstück abends um acht Gedankte fließen Mit Zählen Oben Mein Kopf ist schwer wie Blei mit Zittern Geleite Spüre in rotblauem Licht 40% Gleichgewicht Graue Zellen In weicher Explosion Sonnenaufgangs- und Untergangsvision Was ist denn los Was ist passiert Ich hab bloß Meine Nerven Herr Junge Ich hab bloß Ist doch Dressing für deinen Kopf, Salam, Alkohol, Alkohol. Ja, die Zeit ist uns richtig davongeschwommen und bei uns geht's in den musikalischen Endspurt mit Stevie Wonder's Songs in the Key of the Life, einer seiner wohl besten LPs und daraus das Putzfrauenlied I Wish. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich verabschiede mich für euch, für heute von euch mit Stevie Wonder I just called to say I love you für unsere Telefonaktion No New Year's Day In fact, here's just another ordinary day No April rain No flowers bloom No wedding Saturday Stay within the month of June But what it is Is something true Made up of these three words that I must say to you I just called to say I love you I just called to say how much I care I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart No summer's high No warm July No harvest moon to light One tender August night No autumn breeze No autumn breeze No falling leaves Not even time for birds to fly to southern skies No Libra sun No Libra sun No Halloween No Halloween No giving thanks To all the Christmas joy you bring But what it is But what it is Is so awesome you To fill your heart Like no three words could ever do I just called to say I love you I just called to say how much I care I just called to say I love you Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk